Du bist hier, weil gerade alles zu explodieren scheint? Es fühlt sich an, als würde nichts funktionieren? Die Wut in dir wächst? Das ist voll okay. Aber bevor du jetzt etwas tust, was du später bereuen könntest oder dir selbst schadest, lass uns kurz anhalten. Diese Meditation ist genau dafür da. Du musst jetzt nicht wirklich etwas tun. Hör mir einfach nur kurz zu. Schließe deine Augen oder lass deinen Blick entspannt ruhen. Ich bin bei dir. Atme tief ein. Spüre, wie die Luft durch deine Nase strömt und sich deine Lungen füllen. Halte den Atem für einen kurzen Moment und lass ihn dann langsam ausströmen. Mit jedem Ausatmen gibst du ein wenig von dem Druck ab, der sich in dir aufgestaut hat. Alles, was du gerade fühlst, darf genauso sein. Nimm es an und lass es mit jedem Atemzug etwas leichter werden. Noch einmal tief einatmen. Halte kurz inne und atme langsam aus. Spüre, wie du mit jedem Atemzug ein kleines Stück der Anspannung loslässt. Du musst jetzt nichts erzwingen. Alles darf für diesen Moment in den Hintergrund treten. Lass los, sanft und ruhig. Richte jetzt deine Aufmerksamkeit auf deinen Körper. Beginne bei deinen Füßen. Spüre, wie sie den Boden berühren. Sie sind fest verankert. Du bist in Sicherheit. Geh weiter hoch durch deine Beine, deinen Bauch und hin zu deinen Schultern. Fühlst du die Anspannung? Nimm einen tiefen Atemzug und lass sie beim Ausatmen abfallen. Deine Schultern dürfen sinken. Du musst das, was du festhältst, nicht länger tragen. Mit jedem Atemzug lässt du mehr los. Deine Wut, dein Stress, sie sind da, aber sie kontrollieren dich nicht. Du bist hier, in diesem Moment und du hast die Kontrolle über dich. Atme tief ein, halte den Atem kurz an und lass los. Spüre, wie sich die Schwere langsam auflöst und du immer ruhiger wirst. Konzentriere dich jetzt auf das Hier und Jetzt. Atme tief ein. Und beim Ausatmen kehrst du in diesen Moment zurück. Die Vergangenheit ist vergangen. Die Zukunft kommt später. Alles, was zählt, ist dieser Moment. Spüre die Ruhe, die entsteht, wenn du dich auf das Hier und Jetzt konzentrierst. Du bist nicht deine Emotionen. Du bist mehr. Atme noch einmal tief ein. Und beim Ausatmen gib alles ab, was du nicht mehr brauchst. Du bist klar, ruhig und bei dir selbst. Öffne sanft deine Augen, wenn du bereit bist, und nimm dieses Gefühl mit dir in den Rest deines Tages. Du bist der Architekt deines Lebens. Du gestaltest, wie du fühlst, wie du reagierst und wie du vorangehst. Auch wenn das Chaos manchmal überhand nimmt, hast du die Fähigkeit, dich jederzeit zu zentrieren und neu auszurichten. Mit jedem Atemzug kehrst du zu dir zurück. Du entscheidest, wohin dein Weg führt. Atme tief ein und erinnere dich. Du gestaltest deine Gedanken, deinen Körper, deine Zukunft. Du gestaltest dein Leben. Nimm diese Klarheit mit dir und nutze sie. Du hast die vollständige Kontrolle. Die Jünger Die Jünger